Ich bin gerade in Bangkok am Flughafen. Eine halbe Stunde kann ich einchecken. Schade, ist für Pascal nicht dabei und fliegt den ersten Tag später. Bis jetzt sieht es sehr cool aus. Bangkok Flughafen. Mega coole Essenssachen überall. So sehen sie aus. Mein Rating ist 7 von 10. Es schmeckt wie Kunti. Ganz wie der Vibe, aber fühle ich es so. Aber mega viel so Zeugs. Ich glaube ich muss die Leute checken, aber ich weiss es wie nicht. Ich check mir nur die Hälfte. Aber es kommt schon. Da ist wieder so ein Statue. Das ist riesig, das ist riesig. Ah, es geht! Wir haben fette Zwiebeln gegessen. Und es geht nicht mehr weg. Ich hatte einen Kogummi, ich hatte einen Satin. Ich hatte einen Kaffee. Und es ist immer noch Zwiebeln. Es ist so beeindruckend. Du weisst nie. Und Kuh. Da sind wir jetzt ein bisschen tiefer in meinem Kuh. Ich habe gesehen, da sind so Spinnen und so. Mit dem habe ich ein bisschen Mühe. Das ist gut? Was ich gut? Ich bin froh, ich bin froh. Vielen Dank.